Servus, hier sind die Funke Live Tech News mit Felix. Wikipedia wird abgeschaltet, aber nur einen Tag. Wer am 21.03. die Wikipedia nutzen möchte, erhält nur eine Meldung, dass die Seite heute nicht erreichbar sei. Damit protestiert die Enzyklopädie gegen Uploadfilter, gegen welches unter dem Stichwort Artikel 13 bereits mehrere Demonstrationen gab, beispielsweise letzten Sonntag in Würzburg. Unter Website safetyinternet.info findest du weitere Informationen dazu. Wenn du dennoch unbedingt am 21.03. auf die Artikel zugreifen möchtest, kannst du dir vorher unter kivix.org die Wissensdatenbank komplett herunterladen. Der deutschsprachige Teil ist dann allerdings auf dem Stand von November 2018 und 34 GB groß. Freies WLAN besiegt Sony. Mittlerweile gehört freies WLAN zu den normalsten Dingen der Welt. Ob es sich nun um Hotspots an Bahnhöfen oder das Freifunk an deinem Nachbarn handelt. Alle haben eines gemeinsam, sie bieten auf kostenfreien und meist anonymen Zugang zum Internet. Über diesen Zugang kannst und darfst du natürlich deine Nachrichten checken oder auf legalen Plattformen streamen. Was allerdings nicht erlaubt ist, ist der Download von illegalem Material. Sony Music hat als Inhaber dessen den WLAN-Betreiber Tobias McFadden verklagt, welcher nun vor Gericht gewonnen hat und sein Netz weiter betreiben darf. Lediglich die Abmahngebühren muss er begleichen, da der Fall vor dem 12. Oktober 2017 passiert sei, zu welchem noch ein anderes Telemediengesetz galt. Im Übrigen, Klapphandys kommen wieder. Der Hersteller ZTE hat ein Patent auf ein Smartphone mit vertikal faltbarem Display angekündigt. Mehr dazu auf radiohashtagplus.de. Das waren die Funko Live-Technos auf radiohashtagplus.de und nun zurück in Studio.